In diesem Video geht es um Nübel und seine Situation auf Schalke. Ja, Lukas Brüggemann hat sich dieses Video gewünscht und hier ist es. Viel Spaß! Ja, Nübel, Situation auf Schalke. Ich denke, er ist aktuell Torwart Nummer 2. Das ist auch das, was David Wagner so kommuniziert hat. Und das finde ich aus sportlicher Sicht und aus, ja auch, wie soll man das nennen, aus charakterlicher Sicht oder halt das alles drumherum, sage ich mal, macht das auch absolut Sinn. Also zum einen sportlich gesehen hat der einen Patzer nach dem anderen gemacht und der ist nicht mehr auf der Höhe. Und für mich auch eh fraglich, warum er da nach Bayern wechselt. Der wird da keine Minute spielen, außer diese festgeschriebenen Spiele stimmen tatsächlich. Und natürlich auch Neuer, der jetzt aktuell da auch, ja, vielleicht auf dem Abflug ist. Also man wird sich da nicht einig nach einem Vertrag und hat er vielleicht trotzdem Möglichkeiten zu spielen. Aber wird dem Bayern definitiv wehtun, weil sportlich gesehen würde ich sogar einen Ulreich vor ihm sehen. Und deswegen sehe ich auch einen Schubert vor ihm. Zum einen ist Schubert noch etwas jünger. Er kann auf jeden Fall noch einiges dazulernen. Schubert hat auch in der zweiten Liga permanent gespielt. Also das ist ja im Vergleich zu Nübel, der dann auch auf Schalke erstmal auf der Ersatzbank gewesen ist, ist das schon eine andere Sache. Der Schubert kommt da definitiv auf mehr Einsätze in der zweiten Liga, in einem jüngeren Alter. Schubert spielt jetzt auch aktuell in der U21, Stamm im Tor und ist aktuell das größte deutsche Torwarttalent, was da ist. Punkt. Und deswegen würde ich auch den Schubert spielen lassen. Ihm gehört die Zukunft, vielleicht in Deutschland, aber auf jeden Fall in Schalke. Und deswegen Schubert definitiv die Nummer Eins. Dazu kommen dann auch noch die anderen Faktoren, wie zum Beispiel die Fans, die ein Schubert auch mehr mitnehmen kann. Nicht nur, dass er definitiv beliebter ist, weil er auch nächstes Jahr auf Schalke spielt und nicht so einen Move gebracht hat, wie jetzt zum Beispiel ein Nübel. Auch einfach, weil er auch viel ein besserer, ja was heißt besser, aber ein emotionalerer Typ ist. Und den habe ich schon öfter mal ausrasten sehen nach einer Parade und so weiter und hat die Fans mitgenommen und die Spieler motiviert. Und das, obwohl er so jung ist und eher so, sag ich mal, ein Newcomer ist, der sich erstmal in die Mannschaft zurechtfinden muss, fand ich schon bemerkenswert. Und da können wir uns, denke ich mal, in Zukunft, wenn er auch vielleicht die Strafraumbeherrschung in den Griff bekommt, gerade bei hohen Bällen, wenn er die halt sicher runterpflücken kann, da können wir uns schon auf einen sehr guten Torwart freuen. Und ich denke, mit Ralf Fährmann, der ja jetzt auch auf Schalke wieder trainiert, hat er da einen guten Lehrer, der dem die Sachen auch gut beibringen kann, weil einer der Stärken von Fährmann ist definitiv die Strafraumbeherrschung. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt über Schubert und zu Nübel einfach. Er hat mich enttäuscht, indem er den Wechsel, also er hat die ganze Zeit kommuniziert, dass der Wechsel noch möglich ist, beziehungsweise die Vertragsverlängerung noch möglich ist, dass er sich nicht entschieden hat und wechselt dann am 1.1. im Januar direkt zu Bayern München. Also da könnte man auf jeden Fall mal vermuten, dass da im Hintergrund Verhandlungen schon passiert sind, schon weit vorher. Und ja, finde ich nicht gut, die ganze Sache um Nübel. Und finde ich jetzt, ich persönlich, super, wenn Schubert einfach spielt. Schubert kein Spiel mehr auf Schalke macht. Und dann im nächsten Jahr, dass man dann mit Schubert und Fährmann dann in die Saison reingeht. Wenn er Schubert dann in den letzten Spielen dann überzeugt hat, dann mache ich mir da auch gar keine Sorgen. Und finde ich sogar, ist man sehr gut aufgestellt auf der Torhüterposition. Ja, vielen Dank für die Videoanfrage, habe ich gerne gemacht. Wenn ihr Wünsche habt zu einem Video, was ich mal machen soll, ein Thema, was ich mal besprechen soll, gerne in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne in das Q&A-Video, da müsst ihr einfach mal die letzten Videos zurückgehen, da Fragen reinstellen. Sobald da 10 Fragen erreicht sind, werde ich ein Q&A-Video drehen. und dann, ja, die ganzen Fragen da beantworten und dann auch deine Frage da gerne beantworten. Ansonsten natürlich gerne einen Daumen nach oben oder, ja, und natürlich den Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Wie, du kannst auch den kompletten Social Media abchecken, alles in der Beschreibung. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.